Das ist ein Hubschrauber, der landet gerade. Leute, lass mal umdrehen. Die sind da bestimmt nicht wegen uns, oder? Das hatten wir mal bei der normalen. Nee, ich finde auch nicht wegen uns. Ja, aber lass doch mal da hinfahren, das könnte doch spannend sein. Ja, zu zweit. Wenn die uns kontrollieren, haben wir keine Waffen mehr. Die haben auch keinen Grund, uns zu kontrollieren. Die sehen nur unsere Waffen auf der Ladehilfe, weißt du. Kein Grund, uns zu kontrollieren. Ja, genau. Steigen Sie mal bitte aus. Ich habe keine Balls. Nee, wir sind einfach nur nicht idiotisch. Nein, ich habe keine Balls. Jake, lauf da doch kurz hin, ja? Ja, jetzt noch, oder was, die fünf Kilometer? Okay, okay, Power, Power, Power. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Wir kommen zurück erstmal. Ist der stehen geblieben? Nee, da kommt er. Ist einer vor Ort? Der ist voll durchgeizt. Gut drauf gepackt. Warte, ich schieße noch drauf. Ich kann nicht mehr drauf schießen. Ja, drauf schießen. Ich kann auch nicht mehr drauf schießen. Jawohl, erstmal auf die Reichen. Wer steht denn da in der Kurve drin, wer noch so krass drauf ballern kann? Ich. Aber der ist weitergefahren, der Penner. Aber ihr habt den voll auf die Füße geschossen. Der ist weg. Der fährt nicht mehr. Der fährt nicht mehr. Das ist ein Heli. Hier kommt ein Heli. Oh mein Gott, ich verstecke mich. Der kann nicht mehr weiterfahren. Der kann nicht mehr weiterfahren. Ihr kann nicht mehr weiterfahren. Ich komme auch schon gerannt. Los. Und dann muss ich ja mit der Karre und fahren da hin. Hinterher. Nimm die Karre und fahr. Der kann nicht mehr. Der krüppelt gerade weiter. Der ist auf jeden Fall platt gefahren. Also vielleicht hier kommt es noch. Ihr habt dem ganzes Magazin drauf geheizt. Auf die Reife. Okay, bin dran. Der krüppelt dann nur noch. Ich bin schneller als er überrennt. Sehr gut. So, den holen wir uns. Den Ficker. Weiß jemand hat das Auto abgeschlossen? Wir fahren auch mit dem Auto gerade angefahren. Ich kann nicht mehr rennen. Ach da, umrollen. Du bist halt müde. Erstmal an allen vorbeifahren. Da kommt noch ein Wagen. Ja echt mal. Erstmal an allen vorbeifahren, ey. Pass auf, dass der euch nicht platt fährt. Wie sitzt der denn im Auto? Ich will es nur sagen. Kann ja nichts passieren. So, er fährt weiter? Okay, er fährt jetzt den Berg runter. Ich will erst kurz weiter. Ich will stehen bleiben. Sie haben keine Chance, guter Mann. Boah, da habe ich dir mal die Reifen ganz schön zerschossen. Hallihallo, ein kleiner Überfall hier. Bitte einmal aussteigen. Und halt, du sollst deinen Arsch aus der Karre bewegen, nur Lutscher. Warten Sie kurz, ich muss das Audio lautstellen. Ich kann Sie gerade nicht verstehen. Okay, dann muss das Audio lautstellen. Okay. Warten wir kurz, das Audio lautstellen. Warten wir nochmal, ey. In der Zeit kann er die Bullen rufen. Ja, genau. Einmal aussteigen, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, nicht so viel. Dann hast du so einen Trucker-Arsch aus der Karre bewegen, Junge. Geht doch. Dankeschön. Dies ist ein Überfall. So, Junge. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Ja, das macht es mir doch so. Gebt uns die Autoschlüssel. Gebt uns den Schlüsselbund. Ich kann den noch von mir. Reparier den. Sehr gut. Wer steht euch da hinten? Gibt einen von uns nicht. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Schlüsselbund. Schlüsselbund. Achso, das Bowdenwelle. Wie macht man das? Ja, wir müssen ja nicht mit sechs Leuten rumstehen, ich guck lieber an der Straße, wenn man kommt. Bäh, äh, set! Drück und dann Schlüsselbund. Und dann suchst du einen aus, außer David Stern. Ich repariere kurz. Wir werden jetzt deine Lieferung für dich kurz monetarisieren und dann kannst du die Karre wieder haben. Da wird nix drin sein, nehme ich an. Das hat er bestimmt nicht verstanden mit dem Monetarisieren. Er spielt seit einer Woche und hat nen Truck, nice. Ja, der kostet ja nicht so viel, der kostet 100.000. Achso. Achso. Wenn der nix drin hat, dann haben wir dann... Hat da schon mal jemand reingeguckt? Der gehen wir jetzt rein. Wir müssen ja erstmal... Wir müssen ja den Schlüssel. Wir müssen ja den Schlüssel haben. Der Sama wird neugestellt. Der Sama wird neugestellt. 50 Minuten. Neu. Oh, ne, ne. Ja, geh dann scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt in Kavala und machen da richtig Terror. Mit dem Scheiß. Da hab ich denn noch den Ding repariert, weil wir so nett sind. Wollen wir denn noch eben erschießen? Nein, der sollte Schlüsselbund geben. Sonst... Ich knack das Ding jetzt. Wir können ihm ja auch einfach sagen, dass er sich hinknien soll und es hinnehmen sollen wie ein Mann. Ja, sag es doch. Ich hör schon jemanden heraus. Der hat bestimmt schon die Bullen gerufen, ne. Der hat uns auch schon erkannt. Was? Der hat uns auch schon erkannt. Yay. Pete's Meat überfällt mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ach komm Jungs, man hört das noch. Weiß ich weiß nicht, was du meinst. Was du meinst. Wer ist dieser Pete's Meat? Warte auf. Ich hab eine Idee, wie wir noch richtig schnell Geld abgreifen können. Pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir werden nicht jetzt zum ATM fahren, dann müsst ihr uns ein Geld geben, du Lutscher. Also machen wir keinen Stress bei den Kavala? Ja doch, wir machen Stress bei den Kavala. Was sollen wir denn mit der Knete von dem? Wie willst du den am ATM bedrohen, wenn er am ATM verboten ist? Ja eben. So, okay. Ab nach Kavala. So. Wir wünschen dir noch eine schöne Wanderung zurück in die Stadt. Ist ja geil. Ab nach Kavala. So, wer will hier noch mit? Will hier noch irgendjemand mit? Oder seid ihr da drin? Ist doch ein bisschen im Außen. Ab nach Kavala. Hier auch. Guck mal, da ist einer. Uuuu. Alle halten. Oh, sorry. Hoch. Joll. Wer ist da gerade? Ich bin da reingedasingt. Sorry. Jetzt fahr nicht an dem LKW vorbei, wenn der LKW hochgeht. Aber prob nicht. Der LKW kippt nicht um. Der fährt ganz normal weiter. Wo bist du denn da gerade reingefahren? In Quotes. Da kam der Quadding gegen. Du bist da einfach reingefahren. Oh, Mann, ey. Das war aber knapp. Er wartet hier. In einer Viertelstunde ist eh wieder alles gelöscht. Also passt das schon. In einer Viertelstunde können wir uns wahrscheinlich noch versuchen. Ja, wahrscheinlich schon. Vor allen Dingen nach dem, was wir jetzt wahrscheinlich noch machen werden. Ja, eben. Deswegen meine ich ja. Ja, also geben wir jetzt hin und schließen noch mal alles fremdeln, wenn man einen Haufen was in der Straße hat. Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir schließen noch mal alles. Ich würde sagen, wir schließen noch mal alles. Ja, ich würde sagen, wir schließen noch mal alles. Wir fahren ganz unscheinbar zum Autohändler. Wir müssen aber vorher noch mal kurz anhalten und die Waffen wegpacken, damit wir auch so weit kommen. Ach, Quatsch. Wir fahren jetzt einfach rein und steigen noch auf den Ballern rum. Ja, ich würde sagen, einfach reinfahren. Wie kann ich denn überhaupt in den Koffer raufeln? Wenn die Bullen uns anhalten, steigen wir einfach raus und schießen die Unam gekündigt über den Haufen. Wie kann ich denn jetzt eigentlich in den Koffer rauf gucken? Hier von dem Wagen. Hallo? Was? Mit Tee. Mit Tee. Der Kupfererz. Na, guck mal, da ist einer. Nein. Alter, ich krieg den Fahrerz. Ich krieg den Fahrerz. Was tut ihr da? Boah. Was habt ihr gemacht? Raus. 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 Was habt ihr gemacht? Ich weiß nicht wer gefahren ist über den. Überwoll. Widerstand ist zwecklos. Ich komme. Ich bin dran. Ich habe den abgeknallt. Ich komme mit maximaler Geschwindigkeit. Ich habe den abgeknallt. Ich komme mit maximaler Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht, der wollte abhauen. Nicht auf die Straße laufen. Brrrr. Ich habe den jetzt einfach abgeknallt, weil der abhauen wollte. Oh mein Gott, jetzt können wir damit überhaupt nichts anfangen. Alle unsere Autos sind kaputt. Ja. Jay, ich fahr mal bei dir mit. Bleib mal stehen. Oh Gott. Hat noch jemand einen? Ich habe keinen Toolkick mehr. Wir können alle hinten rein, glaube ich. Wir können alle hinten rein. Das passt. Ja? Ja, ja. Das passt. Ja komm, go, go. Ja seid ihr da? Seid ihr alle drinnen? Da fehlt noch einer. So, alles klar. So. Wir verdammten. Und was? Warum? Warum müssen wir den noch ausnehmen können? Ach so. Ja. Ich habe den perfekt bei der Straße gedrängt. Warum sollen wir den ausnehmen, wenn wir in eine Viertelstunde so wissen? Ja klar. Wir haben das jetzt eh mit einem riesen Knall von dem Surround. Aber das wäre geil. Ich wollte wissen wie viel Geld der dabei hat. Ey. Ich habe hier 67 Kupfererz drin. Hup mal nicht so viel. Da. 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 Ja wie denn? Ich kann den doch nicht voll reinfahren. Soll ich den voll reinfahren? Warte. Also wenn jetzt noch ein kleiner Wagen vorbeikommt, guck ich wer der stärkere der Straße ist. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hört der Huperei auf, Junge. Ja okay. Ja echt mal, Jadu. Das ist voll auffällig. Gib nicht mal Gas, Junge. Wir haben noch neun Minuten. Elf. Ja Mann, ich gib doch Gas. Oh mein Gott. Elf Minuten sind aber, sind aber gut. Das ist eine Menge Zeit. In der Zeit kann man sehr viel Quatsch machen. Da haben wir die anderen halbe Stunde Vorbereitung ja gut genutzt bisher. Ich muss ja schon sagen, wir sind schon hammerharte Arschlöcher. Ja das ist aber nicht mal schuld. Das ist jetzt ein Arschloch Ende, aber mein Gott. Da muss halt die Welt jetzt... Warum bleibst du jetzt stehen? Ich bleib doch gar nicht stehen, du Affe. Ich mach doch mal weiter. Bei mir ist der stehen geblieben. Mein Gott, wenn ihr Dsing, kann ich doch nichts dafür. Ich krüppel hier weiter mit meinen 83 kmh. Boah, da machen wir uns jetzt aber nochmal richtig unbeliebt mit, wenn wir da jetzt alles... Da, da links. Halt an. Was? Warum denn? Alter WKW. Wir gehen jetzt nach Kavala und machen Yala Yala, haben wir doch gesagt. Also. Yala Yala in Kavala, sag jetzt geht los hier. Oh Mann. Folgen... Also ne, ich glaub ich... Ich glaub ich... Ich glaub ich... Ich glaub ich... Ja, dann spring ab. Wir übernehmen die Stadt. gegen so'n random Kram und gegen Spielverderbungen. Wir fahren jetzt zum Autoplatz und sagen, die sollen sich alle hinlegen. Okay. Außerdem hab ich den gar nicht... Mit Bullen kommen, was machen wir dann? Ich bin nur aus Versehen, wir schießen... Okay, den Bullen schießen wir jetzt einfach ab und alle anderen bleiben liegen. Okay, alles klar. Falls überhaupt noch Leute da sind. Ne verdammt, an dem Autohin, da dürfen wir doch gar nicht da ist. Das stimmt. Oh, da dürfen wir nicht. Wir dürfen sowieso keine Leute abschießen. Ich wollt grad sagen, dürfen wir sowieso nicht, ey. Eigentlich... Wir werden sowieso gebannt werden. Egal für das, was wir machen. Halt hier an. Ja, da ist unsere... Oh Gott, lass uns zuerst die Bullen abknallen. Und jetzt? Oh, Alter Scheiße. Ich stehe, ich stehe. Wir werden so hart geflamed werden. Aussteigen, go, go. Und jetzt? Die ist eine Übernahme von Kavala, alle auf dem Boden, Jungs. Jetzt geht hier richtig die Party ab. Alter, ich wurde wirklich angeschossen. What the fuck? Wer schießt? Oh mein Gott, wer schießt denn hier rum, ey? Alter, ist das am Ruckeln. Die Polizei geht hier schon voll ab. Was machen die denn hier? Sollen wir jetzt schießen oder nicht? Ja, natürlich. Wir schießen die ganze Zeit. Loh, ich bin festgenommen. Der hab mich direkt festgenommen um die Ecke. Ja, wo hättest du denn auch dahin? What the fuck? Ich bin auch festgenommen. Du wirst festgenommen? Ich wurde auch festgenommen. Ich wurde direkt festgenommen um die Ecke. Warte, ich kann auch die Bullen schießen. Tötet den bei mir beim Autohändler direkt. Der versteckt sich hinter so einem Ding. Der versteckt sich aber hinter euch. Ja, egal. Schieß doch. Aua! Hier, der ist hier hinter so einem Eisding. Der liegt da hinter einem Eisding. Ich weiß, ich seh auf den... Scheebleiben! Scheebleiben! Steig aus! Aua! Aua! Oh, da kommt einer! Ich überfahren, Alter! Der ist mit Schaden! Der Lieutenant Urs überfährt einen. Der sitzt ja im LKW. Ey, Dibi! Ich hab einen gekillt, Junge! Komm, Dibi! Da kann mich jemand befreien! Hallo! Alter! Ich krieg richtig an auf die Schnauze! Ich brauch auch noch Hilfe hier! Hallo! Hilfe! Hier sind ganz viele Polizisten! So, buff tata! Hier! Hier! Der rennt zum Autohändler! Der rennt zum Autohändler! Ja, ich seh den! Ich seh den! Der rennt aber zu schnell! Der hat mich aber... Sofort mit dem RDM aufhören! Immer aufhören! Alles klar! Das ist kein RDM! Da ist einer Tod! Einer hat den erwischt! Ja, ich hab den erwischt! Hilfe! Kann mich jemand freimachen? Ich bin auch noch... Ich bin auch noch gefangen! Ach, denn es läuft auch noch hier rum! Da ist wieder einer! Kann ich jemand befreien? Ich soll gespockt, denn es ist links in dem Gebäude drin! Ramm, kannst du mich befreien? Weiß ich nicht! Wir haben ja keine Passanten erschossen, ne? What the fuck? Also, ich hab nur Bullen erschossen! Ich hab zwei Leute abgeknallt! Ich hab keine Angst auf Polizisten, weil ich bin gefangen! Kavala gehört! Kavala gehört uns, Junge! Da läuft wieder einer! Ordnungsamt! Ich hab den wieder abgeknallt! Hahahaha! 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 Ich bin gefangen! Ich bin festgenommen! Ich bin auch gefangen! Ich stehe hier nur rum, ey! So ne Scheiße! Du hast jetzt grad einen umgenockt! Ja, sicher! Wieso kann ich mich denn nicht rausbewegen? Ohne Scheiße! Ihr lasst den Bullenwagen klauen! Klaut den Bullenwagen! Hier rechts sehen wir Red Burger! Auch rausrauben! Ab ins TeamSpeak! Bitte warte im Zimmer! Ja, dann können wir mich mal am Arsch lecken! So! Eeeh! Jetzt aber alle hier aus, Junge! Du warst da der Starbreaker! Ja, bam! Hahahaha! Eeeh! Welcome Prophet! Und Gimmi! Jawoll! Sofort im TeamSpeak in Wartezimmera! Da ist noch einer! Megatron! Gib ihm! Aber zumindest haben wir keine Passhanden! Ey Bram, hau mich mal nieder! Hau mich mal nieder! Das wissen wir ja nicht, Hadi! Oh, das ist voll ne gute Idee! Hadi, hau mich auch mal hier nieder! Beim Autohändler! Ja? Jawoll! Da ist nicht beim Autohändler! Hier ist er beim Autohändler! Wo ist beim Autohändler? Ja genau, da wo du gerade herrennst! NEIN! Was soll ich machen? Was soll ich noch gefangen? Ah, scheiße! Ich dachte niederschlagen bringt was! Ja, das bringt alles nix! Was hat behindert? Ja gut, dann wechseln wir den Sommer oder was? Jawoll! Ich bin frei! Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung! Am Burgerladen steht noch eine Polizeikarre! Hä? Gerade war ich kurz frei! Ah ja, ich auch! Aber da kommen aber auch keine Bullen mehr, wa? Der Truck hat nicht geklappt, oder? Scheiße! Was sagste? Ich bin auch wieder gefangen! Was ist das behindert? Der Truck hat nicht geklappt, oder? Der Truck, der steht hier noch irgendwo! Hier steht noch irgendwo! Hier steht noch! Der fährt gerade weg, den haben wir nicht abgeschlossen, glaube ich! Oh, den haben wir nicht abgeschlossen! Ja! Sag mal, können wir hier nicht einen Bullen kidnappen oder so was, dass der uns frei macht? Peter auch dabei! So, sehr gut! Was machen wir jetzt? Okay, ich will jetzt anders warten, oder was? Ja! Kannst du doch mal durch die Gegend ballern, wenn du willst und nicht umballern! Nein! Hast du einen abgeknallt?! Ja, Peter! Lol! Hadi! Kannst du mir bitte den Gnadenschiss geben? Kannst du hier nicht mehr aus! Scheiße! Das hätte ich jetzt gerne noch gesehen, ey! Scheiße! Ja, Bram habe ich auch noch! Hadi! Oh, da kommt die Bullen wieder! Ja, schießt die anderen Sauber! Nimm auf! Ah, ich hab nicht! Ich hab keinen Friend! Die hauen ab! Die hauen ab! Die hauen ab! Du kannst doch nicht einfach deinen Kumpel töten! Hilfe! Hilfe! Ich stehe immer noch gefangen! Oh, sorry Jay! Ich helf dir kurz! Nein! Au! Du Arschloch! Oh mein Gott! Oh, ey! Maximal Terror für Arschloch! Warte! Da ist ein Bulle, wa? Nee! Okay! Alles cool! Hadi, könntest du bitte in den TS gehen? Äh, ja! Ich glaube, ich sehe Hade da oben rennen noch! Mitten am Autohändler! Ja, tu ich auch! Warte, dass hier mal was passiert! Da ist ein Bulle! Warte! Okay, danke! Jawohl! Hab ihn erwischt! Warte, ich stelle mich vor dich an! Ich hab noch drei Schuss! Da ist noch einer! Jawohl! Jetzt hab ich keine Bulli mehr! Jetzt hau ich ab! Du kannst die doch niederschlagen! Ja, auf jeden, ey! Wie hast du meine Leiche? Die habt ihr auch noch... Habt ihr schon... Habt ihr schon gedisconnected? Nee, nee, ich hab dir noch zugeguckt! Ja, okay! Ey, kannst du nicht meine Waffe nehmen jetzt aber! Ich hab den Bullen gerade mal seine Magazine geklaut! Der hatte zwei... Ach, scheiße, Bram! Wir hätten mehr Munition mitnehmen sollen! Egal, ich bin sowieso... Selbst schon, das hätten wir machen sollen! David Stern! Sie wurden aus den Spielern gewehrt! Ad mit Kick! Ach so! Ja, okay, das ist ja jetzt kein Wunder! Okay, wir suchen uns jetzt einen neuen Starer! Ja! Ja!